Ich habe überlegt, ob ich mir deine Kontaktlinsen kaufe. Es gibt noch das Shirin David Eis. Haben Sie das Eis von der Barbara noch? Ob sie das Babsi Eis haben. Guten Tag, da bin ich von der Bege. Hallo. Haben Sie noch das Shirin David Eis? Bitte? Haben Sie noch das Shirin David Eis? Das ist mit Glitzer. Ach so, war das die Gedächtigkeit. Das war Spindler. Okay. Von Shirin David. Nee? Nee. Nichts mehr? Das ist der Off-White-Try. Versace mit dem Löffel gefressen.